Yo, was geht ab? Was geht ab? Und wie ihr es vielleicht gesehen habt, wenn ihr mich auf Instagram oder auf Snapchat abonniert habt, wir machen ab heute, heute ist Montag, von Montag bis Sonntag ein Video. Er macht eins, er macht eins. Von Montag bis Sonntag ein Video, ein ganzes Video. Jeden Tag ein Video. Nein, eins von Montag bis Sonntag. Wir machen auf jeden Fall wirklich jetzt jeden Tag ein Video. Wie viele Stunden hat er eine Woche? Zwei. Okay, dann machen wir zwei Stunden Video für die ganze Woche. Eins. Nein. Nein, aber auf jeden Fall, film einfach mal ganz normal, was wir heute den ganzen Tag machen. Und ich würde sagen, er hat erstmal richtig, richtig Hunger. Und wir holen erstmal was für ihn zu essen. Und dann auf jeden Fall. Der Weihnachtsmart, um die Zeit, Alter, ich kann das nicht fühlen. Nein, es macht wirklich keinen Sinn. Es ist richtig noch für mich Sommer. Das ist doch gar kein Weihnachtsmarkt, die Trottel. Das ist auch nicht. Auf jeden Fall holen wir erstmal was zu essen. Digga, was glaubst du dir bitte für geile Sachen? Junge. Spinat-Fetersnake. Kotz der Jagdmann. Wie findest du das Gedrech? Also, Schüler-Vorzett, da haben wir einen Blog. Was das hier ist, das ist eine Kamera. Ja, was macht ihr denn damit? YouTube. Ja, hab ich doch, ich hab's doch eben gefragt. Machst du YouTube? Also, wir bringen Street Comedy auf ein ganz anderes Niveau, als wir es tun. Respekt, Leute. Ja, wenn ihr so durch die Straßen lauft und ein bisschen Straßenmusik hört, findet ihr dann das allgemein? Wie wir Straßenmusik finden? Zum Kotzen. Ähm, habt ihr den Straßenmusikern schon mal etwas Geld da gelassen? Ne, aber ein Shoutout. Also, die haben uns natürlich direkt erkannt und wussten, dass wir natürlich Videos machen und so. Klar, oder? Und die wussten auch, wer wir sind, natürlich. Und deswegen sagen sie so, ey, 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 Leute, kommt mal her und so. Ey, die wollten, die wollten kein Foto mit uns. Die wollten direkt ein ganzes Video. Ja. Junge. Ne, auf jeden Fall, äh, haben die jetzt zu Ende gesnackt. Die haben sich irgendwas Räudiges geholt. Ich weiß nicht, vom Backwerk hat uns natürlich wieder gesponsert, wie immer, ne? Paulana, Spezi übrigens auch, ne? Alles unten in der Bio, ne? Könnte ich mal abchecken und so. Ich hab mir jetzt diese Räudigen Blumen gekoppt. Nein. Für wen? Für meine Freundin natürlich. Ohhhh. Ja, Romantik. Würde ich sagen, ich will erst mal schierig ein Papier, weil wir fahren jetzt. Ey, ihr wisst, ne? Ich f*** sowas von. Kannst mich nicht voll labern, Alter. Bumm. Siehst du? So macht man das. Ach auf Ansage, Alter. So macht man das. Junge, das ist mein Video. Heia, Alter. Ohhhh. Kannst du spazieren? Spezi. 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 Ach, du filmst. Spezi. Spezi. Ohhhh. Wo ist die Flasche? Digi, komm. Ich krieg's eh nicht hin. Ich könnte jetzt schon mal sagen, so. Traurige Musik, ne? Ohhhh. 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 Spezi. So viel, so viel Gras, Digga. So viel, so viel Gras, Digga. vomiting importiert. Alter, wer bist du denn? Fahr mal bitte da vor die Einfahrt, ich will das Kotzvloggen, Wichser. Meine Schuhe. Nochmal Alter. Genau, seine Schuhe sind da und jeder wusste es und wir wollten ihn überraschen. Und das war seine Reaktion. Jawoll. Und ja, auf jeden Fall sind wir jetzt hier irgendwo am Parken erstmal, weil wir wollen mit Niklas erstmal was machen und danach gönnen wir uns erstmal nochmal richtig Session. Richtig Session? Mann Junge. Ich hab gesagt Session. Session Mann! Ne, ich hab's bei Snapchat, ne, nur bei Snapchat gepostet. Ich hab mir was bei Amazon bestellt. Aber zu Niklas, weil ich nie zu Hause bin. Ey, wenn die jetzt nicht passen, raste ich aus, ne? Oh, oh, oh. Oh, damn. Ey, es ist mir egal, ob die irgendwer nicht feiert, aber ich feier die, deswegen hab ich sie mir gekauft. Was ist das? Die sagt doch einfach was. Ja, ganz schön. Boah, die sind weich. Bei mir wissen das noch nicht viele, ne? Du willst dich vielleicht mal vorstellen, wer du bist. Ich heiße ICI und... Also dein echter Name ist ICI, ja? Also mein echter Name ist ICI, mein YouTube-Kanal heißt Niklas. Ihr findet mich in der Videobeschreibung. Ganz genau. Also wie gesagt, wir als komplette Gang machen jetzt alle Videos. Er hat davor gar keine Videos gemacht, deswegen steigt jetzt einfach mal ein. Und ich zeig euch mal ganz kurz den Kanal von ihm. Er hat gestern sein erstes Video hochgeladen. Und es ist schon geil geworden. Die haben sich ein Gang-Tattu gemacht. Ich war leider nicht dabei. Aber gönnt euch mal einfach das Video von ihm. Lasst einfach ein Abo da. Guckt euch das an. Das ist ein Sneak and Peak. Zu viel. Zu viel. Das müsst ihr euch selbst da angucken. Guckt einfach bei ihm vorbei. Oder bei Henry. Aber lieber bei ihm. Also ich werde jetzt erstmal in den tiefsten Wald gehen und die dreckig machen. Weil so weiß können die doch nicht bleiben, alter. Nee. Das hält ich zu klein, oder? Nein, das ist L. Das sieht saumini aus, alter. Alter, der ist ultra weich. Ich würde mir auch keinen kleiner holen. Oh. Mann. Frank. Frank. Ich hab dich gefickt, Junge. Ich hab dich gefickt. Nein! Ich hab dich gefickt. Das zweite Mal. Das zweite Mal, Junge. Was ist los? Fantasins. Unter dem Block von UrgeOn. Junge, Alter. Ein Spacko, Alter. Guckt den euch an. Lächerlich. Und dann mit der Spätziene Handricht. Promoten. Junge, Alter, Junge. Zeigen die auch irgendwas? Ich weiß nicht. Junge. Nur den Typen hab ich nicht lackiert. Oh. Jetzt lebe ich erstmal den. Oh nein. Und den Andi gab was für'n Gestahn. Du beglacht Amsterdam. Ich baller mich von hier direkt. So Leute, wir sind jetzt bei Blitz und Blank angekommen. Das ist so einfach so ne... Da kann man einfach die Karre sauber machen, ne? Und übrigens ist jetzt auch so ein Spacko hier. Hotel Business Life. Hotel Business Life. Freundin, ja? Nein, Hotel. Ganz kurz, guck mal bitte in den Kofferraum rein. Guck mal bitte in meinen Kofferraum rein. Was, Alter? Oh mein Gott. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh. Auf jeden Fall machen wir erstmal die Karre sauber. Aber es ist halt wirklich so richtig übertrieben. So full, ne? Da sind keine Ahnung. 16 Autos gefühlt. Jetzt müssen wir halt ultra warten. Ja man, es regnet. Wir sind jetzt noch fetteste hier am diskutieren. Wir haben hier gerade fetteste Gespräche und so. Einfach nur ein bisschen talken und so. Deep talk. Aber es ist eigentlich komplett scheißegal, was ich hier eigentlich gerade labere. Junge, was labere ich hier mal? Wie gesagt, wenn ihr mich noch nicht bei Snapchat habt oder bei Instagram. Wirklich. Edit mich einfach. Dann wisst ihr immer, wo ich bin. Was wir machen. Was für Videos kommen und so. Da könnt ihr auch so ein bisschen so behind the scenes bei den Videos immer sehen, Alter. Es lohnt sich einfach nur. Ich hab nochmal hier reingeballert. Mein Instagram-Namen und mein Snapchat-Namen. Würde mich also wirklich richtig freuen. Und die gehen jetzt aus irgendeinem Grund da hinten durch. Ich weiß nicht warum. Da kann man jetzt nicht so richtig sehen. Aber da hinten ist so ein Golf. Ist das ein Golf? Also es ist ein Golf. Und da wollen die irgendwie so sich drauf stellen. Bilder machen und so. Keine Ahnung. Aber ich wäre ja rüber gegangen. Aber ey. Meine Schuhe sind mitzuwerden voll. So Leute. Das ist jetzt alles ein bisschen verwirrend gewesen. Wir sind jetzt. Also ich bin nicht mehr mit den anderen unterwegs. Weil ich bin zu meiner Freundin gefahren. Weil ich mir dachte ich überrasche sie mal. Nein auf jeden Fall sind die alle schon abgehauen. Und sind dann noch in eine Shisha-Bar oder so gefahren. Deswegen bin ich nicht mitgekommen. Die wissen ja nur wie alt ich bin und so. Und ich würde sagen für die Leute die bis jetzt noch gucken. Schreibt einfach mal am besten Hashtag Gang oder irgendwas mit Hashtag unter das Video. Damit ich Bescheid weiß wer so aktiv ist und wer nicht. Das sehe ich ja alles. Ich lese ja jedes Kommentare durch. Auf jeden Fall war es jetzt erstmal mit dem ersten Vlog. Ich hoffe es hat euch gefallen. Auf jeden Fall. Checkt mich auch auf Instagram und auf Snapchat ab. Vergesst auf jeden Fall mich nicht zu abonnieren. Abonniert mich einfach. Würde mich auf jeden Fall echt riesig freuen. Ich habe schon jetzt 1600. Das ist echt krass jetzt in letzter Zeit gewesen. Und ich hoffe es wird immer immer mehr. Hab auch voll die Motivation halt deswegen noch mehr Videos zu machen. Deswegen machen wir gerade diesen Testmonat. Testmonat. Ja man. Testwoche. Und ja wie gesagt. Abonniert mich. Abonniert die anderen. Alles unten in der Videobeschreibung. Ich würde sagen wir sehen uns morgen. Haut rein. Ciao.